Lieber Michael, tu mir einen Gefallen, dreh dich um und schau dir nochmal an, wo du gerade stehst. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich sage das nicht ohne Grund. Ich denke nochmal. Das war die letzte Schalte von Michael Wöllenweber als unser politischer Korrespondent für die Bundespolitik, auch für die Europapolitik. So viele Schalten, so viele Gipfel, aber natürlich nicht die allerletzte, weil Michael zieht es nach Washington. Wir freuen uns darauf, dich künftig vor dem Weißen Haus zu sehen. Erstmal guten Flug dahin, gutes Ankommen und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten nicht abgesprochenen Fragen und Antworten mit dir. Alles Gute. Also Tatjana, das rührt einen ja fast vielen lieben Dank. Tja, und in der Tat, nicht abgesprochene Fragen machen immer am meisten Spaß.